Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Guck mal wie sein Lauf ist. Er ist völlig umgebogen, Alter. Er spielt hier Wanted und schießt so weit. Wo sind die Ecken, dieser Bot? Spielst du seit Jahren mal wieder Rainbow? Hast du neun Zuschauer auf Twitch? Was ist los, Alter? Absolutes Tier. Drei Kills gemacht. Psch, ich bin's Tim. Hahaha, du elender Bot. Geh den Stalier. Ne mit mir, Alter. Ja, von wo denn? Alter. Flash, das, Flash, das, Flash. Flash tot. Äh, was, äh, 4K? Oh nein. Verdient, er hat meine Drohne abgeschossen. Nein, der sitzt im kleinen Raum. Warte, ich blende, ich blende, geh weg. Nein, er hat mich. Hast du ihn? Ich muss ihn haben. Ah, warum wechsel ich die Waffe? Ah, oh, Gott sei Dank. Ja, da hängt, ey. Ist das da mit, der älteste? Äh, hä, what the fuck? Wie ist der jetzt hier? Wie ist denn jetzt? Spiel ich halt nochmal Frost? Hahahaha, Alter, Lachse. Hahahaha. Okay. Also erstmal, äh, Tom, vielen lieben Dank für den Eu. Ich danke dir, bester Mann. Vielen lieben Dank. Diese Runde 10 Euro pro Kill. 12 Stunden Stream. Sheesh. Toll. Bei einem Spiel, wo ich wieder absolut lost bin, gibt er mich ja Para für jeden Kill, ne? Das ist aber, das ist aber auch so ne, so ne Sache. Okay, ähm. Julia, wir müssen jetzt um alle... What? Was? Ja. Um was müssen wir? Ja, Junge, Junge, ne. Also ganz sehr nicht. Was ist denn jetzt ein Gegner-Team-Polz, Junge? 10 Euro? Ja, irgendwie bin ich gerade... Jeez. Wenn mir die- Du den 20er... Lade neu ein Magaschen! Oh Mann, wir sind richtig. Alter. 20er? AAH! Ah! okay runde gewonnen also für die für die kompletten drei durchgänge oder ist der wiss die runde abgeschlossen wird dann wirst du arm aber dann ziehe ich dich ja aus ich finde deine adresse raus und dann kastrierst du die eier du bist ein typ geile meile geiler scheiß dicker herzlichen glückwunsch und viel spaß weiter du geile sexmaschine du bist die sexmaschine vielen lieben dank für deinen zwanni alter du kunde du verrückter kunde vielen lieben dank und natürlich auch an alle deine zuschauer die jetzt mit zugeguckt haben ihr seid grandios vielen dank man es heftig ich danke dir mein bester krass sid watkins moin moin willkommen im stream was geht ab ja stimmt ja kommt triggert den alten mann ihr elenden butchies alter ja moin hier wirst du halt vollkommen verarscht stür auf ash kacka alter schatz schatz feuer schutz laden nach also was macht die ash da warum schießt die ash denn aber auch nicht natürlich super und selig und auch Felix rasiert war noch mal in den Ruhm rein der erkämmt dich da kann die Macht ne ne geh nicht weiter geh ein bisschen wieder zurück und schmeiß ne nade am besten von der einen Seite und dann von der anderen Seite kannst du eventuell reingehen hab ich mich da gerade an die Spitze geschossen oder wie sehe ich denn die Sache ne du bist zweiter mit 5 kills ne ich bin MVP oder was willst du komm ran ja moin was ist Phase ja was wollt ihr machen ja ja ja